Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zum Podcast of Power 12 mit den beiden She-Ra-Folgen 22 und 23 und euren beiden Moderatoren Zelda Cat und... Das Mad-Eye. Er ist Batman. Ich bin Batman. Sehr gut. Soll ich das jetzt die ganze Zeit durchziehen? Oh lieber nicht. Deine Stimme stirbt. Das kommt vor. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wir haben zwei wunderschöne Folgen. Die erste davon ist Folge 22 und heißt Hunter-Ra. Und im Englischen heißt sie Hunter-Ra. Natürlich. Ja, immer diese Leute mit Ra. Und es ist tatsächlich der perfekte Titel für diese Folge, deswegen habe ich auch keinen besseren. Ja, was passiert in dieser Folge? Das Best-Friend-Squad durchquert die purpurne Wüste, weil sie ja immer noch nach dem Ursprung ihres komischen Signals suchen. Treffen dabei in einer merkwürdigen Skelett-Kneipe auf Huntara, die groß ist und irgendwie sexy, glaube ich. Jedenfalls scheint Adora das so zu sehen. Und die ihnen jetzt zeigen will, wie sie durch die Wüste kommen. Aber hey, wer hätte das gedacht? Das ist ein Hinterhalt. Sie werden in ein Loch gesteckt und kriegen ihre Sachen abgenommen. Holen sich ihre Sachen zurück und überreden Huntara, hey, mach doch wirklich bei uns mit. Okay. Ja, nice. Wie du schon sagtest, wir fangen damit an, dass sie jetzt in der purpurnen Wüste sind. Denn sie wollen da ja Gründertechnologie finden. Und ja, jetzt rennen sie da durch. Erstmal sind sie der Meinung, es ist ja gar nicht so schlimm. Das sind süße Tiere, aber süße Tiere sterben. Warum auch immer die eingefroren werden. Das passiert ein paar Mal in der Wüste. Ich glaube, das andere Mal wird jemand so versteinert, oder? Ja, ich glaube, das ist der gleiche Effekt eigentlich. Also da setzt sich so ein Vogel auf irgendeine Krallenpflanze und plötzlich friert er aber ein. War vorher schon der komische Igel, der ein Insekt auf seinen Stacheln aufspießt? Ja, genau. Der war auch nice. Und ja, man könnte jetzt das Signal verfolgen, aber wer hätte das gesagt? Das ist mal wieder ein Puttpad. Ja, Bows Signalsuchdingens geht schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht, oder? Das ist immer kaputt. Immer ist irgendwas damit. Ja. Das war in einem Gruseldorf kaputt. Das war in den Schneelanden kaputt. Und jetzt ist es wieder kaputt. Hat das schon mal irgendwann funktioniert? Ich glaube, der verarscht ihn nur. Das Ding hat noch nie funktioniert. Und der sagt das nur. Schön. Ja, und dann finden sie Skeletor. Ja, sie finden einen toten Hordes Trooper, von dem nur noch das Skelett übrig ist. Ja, sag ich doch. Skeletor. Das könnte Skeletor sein. Währenddessen war Entruptor und Hordak in der Fright Zone. Ja, die basteln an ihrer Portalmaschine und hey, es funktioniert, aber oh, Surprise, es explodiert. Ja, also Entruptor ist voll enthusiastisch, aber das Ding funktioniert nicht. Hordak kann sie gerade noch retten und sie aus der Schusslinie bringen. Und dann ist sie so ein bisschen angepisst, dass das nicht geklappt hat, weil sie versteht nicht, warum es hätte eigentlich klappen müssen. Aber wir sind voll fasziniert, dass Hordak sie gerettet hat. Ja. Sie meint dann auch, ja, wenn Catra jetzt ihre Gründertechnologie bringen würde aus der Wüste, dann wäre das voll gut. Und er so, nein, die kommt nicht wieder. Die ist morgen nicht mehr da. Ja, jetzt ist Hordak auch pisst und schickt Entruptor raus. Das ist voll süß, wie dann Imp auf Emily angeritten kommt und sie so am Haar wegzieht. Ja. Gut, zurück im... In der Popolernwüste werden sie jetzt von riesigen Schlangen verfolgt. Die erinnern mich voll an den einen Boss aus Mario Bros. 2, die dreiköpfige Schlange. Ist die gleiche Farbe auch. Hm. Ja, die Dünen sind nämlich manchmal Schlangen. Das kommt vor. Ja, und dann fallen sie auch noch in Treibsand rein. Das ist anscheinend schon ziemlich gefährlich da. Und wenn die Treibsandszene ist, der Lacherfenn ist so großartig. Glimmer geht drei Schritte vor, fällt in den Treibsand, Adora springt hinterher, Glimmer teleportiert sich längst raus und jetzt sitzt Adora drin. Und jetzt muss die Filmereien teleportieren, kramt dann ewig im Sand und teleportiert sich mit Adora wieder raus. Eigentlich müsste man bei der Folge wirklich mal festhalten, wie oft sich Glimmer teleportiert. Ja, das macht sie hier wirklich sehr oft und man denkt sich, ich dachte, es wurde etabliert, sie kann sich nur irgendwie so 13 Mal oder sowas teleportieren. Ich weiß jetzt die Nummer nicht mehr, aber es war jetzt nicht so unfassbar oft. Ja, nee, die hat hier jetzt ein Level ab. Die hat jetzt mehr Spellslots. Ach so, das wird es sein. Ich meine, es hängt bestimmt auch davon ab, wie weit das ist. Denn es wird auch gefragt, ja, warum kannst du uns nicht einfach zum Zentrum der Wüste teleportieren? Nee, das geht nicht, ich weiß nicht genau, wo das ist und dann geht mir mit unterwegs die Kraft aus. Aber man merkt schon, dass Glimmer eindeutig stärker geworden ist, dass man überhaupt darüber nachdenkt, sie könnte die Leute einfach in die Wüste teleportieren, während es irgendwann mal so war, nee, da oben auf das Dach teleportieren geht nicht, das ist zu weit. Ja, sie kann jetzt mehr, gefühlt. Und also Adora ist eigentlich immer recht enthusiastisch hier am Anfang der Folge. sie ist so, ich habe das alles im Griff, ich war bei den Hordes, ich kann Spuren lesen. Ich kann Spuren lesen. Das ist halt ja ihr einziges Argument. Nein. Also Adora ist eigentlich ganz gut drauf, trotz der ganzen Gefahren. Und jetzt gehen sie in so eine Weltraumkneipe. Ja, ja doch, nein. Nein, du sagst es völlig richtig, es ist genau wie die typische Star Wars-Kantine. Also es ist nicht im Weltraum, aber es wirkt wie die Weltraumkantine. Wir waren ja auch schon mal in so einer ähnlichen, wo wir Seahawk getroffen haben. Genau, das war genau so. Das sind immer diese Weltraumkneipen. Aber hier sind halt auch ein ganzer Haufen zwielichtiger Leute, ein ganzer Haufen komisch aussehender Wesen, Ziegenwesen, Froschwesen, alles mögliche. Was ich aber im Hintergrund ein paar Mal öfter gesehen habe, sind so Katzenartige, ne? Ja, zumindest so ein bisschen, das eine könnte so ein Fuchs sein, so ein Wüstenfuchs oder so. Ja, also prominent treten hier nur so ein Ziegenwesen und so ein komischer... Irgendwas Amphibiges auf. Ja, so ein Schlangen... Also es erinnert mich furchtbar an einen Schlangenmenschen. Wir kriegen in der nächsten Folge noch einen wirklichen Schlangenmenschen, den einzigen, den wir in dieser Serie bekommen. Aber ich habe das Gefühl, der eine Typ, der sieht aus wie einer von den anderen Schlangenmenschen. Also, kurze Erklärung für die, die jetzt gar keine Ahnung haben. Es gab eine Toyline, wie hießen sie? Die Snakeman. Und das war... Die hatten alle so fürchterliche Namen. Cobra Khan, Tongue Lasher, King hieß... Oh mein Gott, ey. Diese Namen. Ja, ja, ganz fürchterlich. Und ich habe das Gefühl, der eine von denen sieht aus wie einer von denen, aber ich weiß nicht, wie welcher. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, entweder Amphib oder Reptil, irgend sowas. Ja, und alle sind gemein zu Adora und Co. Also Adora versucht jetzt so voll fröhlich herumzufragen, wie das denn hier ist mit... Ja, könnt ihr uns vielleicht helfen? Wir kennen uns hier nicht aus. Und also, wir mögen keine Fremden. Ich fand aber auch gut, wie Bo reingelaufen ist, so... So, hey, schönes Wetter, oder? Nein, eigentlich ist mir das egal. Denn ich bin böse. Ja, genau. Eigentlich ist es mir egal, wie es euch geht, denn ich bin böse. Das war auch nice. Ja, total unauffällig wirken. Und dann kommt Adora und schreit einfach mal in die Runde. Hallo, könnt ihr uns helfen? Ja. Aber wir mögen keine Fremden. Und dann gibt es einen kleinen Tumult, der dann beendet wird, weil Hantara wurde beim Essen gestört. Ja, also Hantara rettet sie so ein bisschen und sagt, es gibt zwei Regeln in der purpurnen Wüste. Erstens, die Starken machen die Regeln. Zweitens, nervt mich nicht. Ja, reden wir über Hantara. Sie ist eine große, lila, muskulöse Frau mit einem sehr langen, weißen Pferdeschwanz. Weißt du, woran die mich voll erinnert? Auch von der ganzen Optik her. Die sieht so aus wie Tila in Revelation. Revelation ist natürlich die neuere Serie, deswegen kann es nicht davon inspiriert sein. Aber Tila schneidet sich ja auch irgendwann diese komische Frisur und ist ja auch ziemlich muskulös. In Revelation zumindest. Ja, ein bisschen. Naja, und Adora kriegt Funkelaugen, als sie die sieht. Die findet sie an sich anscheinend sehr toll. Ich habe übrigens tatsächlich beim ersten Mal, die ich diese Serie gesehen habe, gedacht, Hantara ist ein neuer Charakter. Aber den gab es auch schon in den 80ern, den habe ich nur nie gesehen. Achso, ja, ich kenne sie natürlich logischerweise nicht. Naja, also Adora findet sie ganz toll und dann gehen sie zu ihr hin, als sie gerade ist. Ich glaube, sie ist gerade dabei eigentlich mit einer Frau zu flirten. Ja, und hast du schon erwähnt, dass Adora sie mit Funkelaugen anguckt? Habe ich erwähnt. Hast du erwähnt, sehr gut. Sie ist voll fasziniert von der Frau, denn die ist stark und cool. Hantara ist auf dem besten Weg, Adoras neue Love Interest zu werden. Tja, also Hantara ist aber nicht so glücklich, dass die sie anquatschen und was von ihr wollen. Denn die wollen halt jetzt, dass sie sie zum Zentrum der Wüste bringt. Aber sie hat eigentlich gar keinen Bock. Und dann sagt sie noch so, ja, und wenn ich nicht mitgehe, dann geht ihr alleine und sterbt. Ja, dann komme ich halt mit. Ja, dann kommt sie doch mit. Denn Adora sagt ihr, ja, ich weiß, du hast gesagt, wir sollen niemandem hier vertrauen, aber du hast uns geholfen, also wir versuchen es mal. Wir sollen niemandem vertrauen, aber du bist echt sexy. Dürfte ich dir dein Oberteil herunternagen? Wow. Ihr komm, so guckt die doch. Ja, Hantara geht mit. Das ist gut, denn alle anderen haben Angst vor ihr und sie kennt sich ja anscheinend hier aus. Inzwischen entdeckt Entrapta die Klone. Ja, sie entdeckt in Horax Labor so einen Tank mit so einem unfertigen Wesen, das so ein bisschen aussieht wie Imp. Genau, und das ist die Szene, die habe ich, glaube ich, ganz früh schon erwähnt, dass ich deswegen glaube, dass Imp ein misslungener Klon ist. Das kann gut sein. Der aber trotzdem lebensfähig ist. Ja, und Joppa sollte eigentlich gar nicht hier sein. Hordak ist gerade ziemlich fertig, der steht da ohne seine Rüstung und dem geht es anscheinend gerade furchtbar schlecht. Ja, der sieht auch echt beschissen aus. Ja, aber es ist trotzdem mal cool, ihn so ohne Rüstung zu sehen. Weil er hat so diese blauen Dinger, die sehen so ein bisschen aus wie Tattoos. Ja, aber es soll, glaube ich, einfach nur eine vortretende Adern oder so sein. Ja. Aber es ist definitiv nicht gesund, wenn man durch deine... Ach Gott, wie heißen sie? Die beiden Knochen des Unterarms. Ich bin gerade doof, ich weiß eigentlich, wie die heißen. Aber man... Ähm, Speiche? Danke. Da sollte man eigentlich nicht durchgucken können. Bei Hordak kann man das. Ich glaube, das ist nicht gesund. Nein. Ja, stimmt, man sieht die Knochen, ne? Ja, man sieht vor allem, dass er tatsächlich die... Das... Offenbar hat... Sind seine Arme so kaputt, dass sich um die Knochen quasi die Haut quasi zu zwei teilen... Oh Gott, wie beschreibe ich das? Ja, also wie so ein Skelett, aber da ist ja zwischen diesen beiden Knochen so eine Lücke. Und die Lücke sieht man hier aber bei ihm auch noch. So eng ist die Haut am Knochen. Genau, also die Haut ist quasi um die beiden Knochenteile herumgewachsen, obwohl sie eigentlich insgesamt um beide drumherum laufen sollte. So, dass man jetzt beide Knochenteile sieht. Und das ist nicht gesund. Nein. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Das ist nicht gesund. Das wäre ein schöner Folgentitel. Das ist nicht gesund. Ja, und Entschwappter sieht das und macht dann aber ein bisschen Lärm. Weil eigentlich sollte er sie ja gar nicht bemerken, aber sie macht aus Versehen Lärm. Und dann will er sie rausscheuchen und dann wird er aber irgendwie, kriegt er so einen Anfall und... Dann rennt sie noch auf ihn zu. Zurück in der Wüste. Treibsand. Ja, Antara bringt sie jetzt durch die Wüste und erzählt so ein bisschen, dass die ganzen Leute, die hier wohnen, vor irgendwas flüchten, meistens vor der Horde oder vor irgendwas. Und als dann Adora fragt, wovor sie wegrennt, ist sie, nein, ich renne vor gar nichts weg. Und es sieht sogar aus, als würde sie Adora jetzt gleich abstechen, aber sie sticht eigentlich so einen Käfer neben ihr ab. Und isst ihn. So ein Riesenkäfer auch noch. Ja, Antara ist voll tough. Ja, und dann beeindruckt Adora sie so ein bisschen, indem sie so ein Treibsandding findet, indem sie da einen Stein reinschmeißt. Dass selbst Antara jetzt fast reingelautscht wäre, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, sie ist so, oh, du lernst schnell, das ist nice. Ja, und Adora ist so, ja, wir sind so froh, dass wir dich haben. Tja, ich glaube, dann führt sie sich schon in den Hinterhalt oder kommt erst noch was anderes, ich bin mir gerade nicht sicher. Erstmal sind Glimmer und Bo voll fertig von der Hitze und vom ganzen Gelatsche und gehen schon so total gebückt und streiten so ein bisschen, ob sie jetzt was sagen sollen, aber wollen eigentlich nichts sagen, dass sie jetzt lieber eine Pause machen wollen. Tja, sie können mit Antara und Adora nicht mithalten. Ja, Adora sagt dann, dass sie von Brightmoon kommen und wir merken schon die ganze Zeit, dass das Antara da irgendwie drauf reagiert, auf so Wörter wie Hordes oder Brightmoon. Weil sie war offenbar bei der Horde, wie wir später noch erfahren. Genau. Ja, und dann sagt sie, wir sind da. Und dann sind sie bei einer riesigen Sonnenuhr und ganz bestimmt nicht da, wo sie sein sollten. Ja, da ist halt so eine riesen Grube und in der Mitte von der Grube ist so ein Stein. Und also Glimmer und Bo sagten auch schon vorher, Moment, ich glaube nicht, dass es hier lang geht, aber Adora ist überzeugt, es ist eine Abkürzung oder so. Dann meinen sie, ja, das kann aber doch nicht das Zentrum sein, hier ist ja gar nichts. Und dann kriegen sie Betäubungspfeile rein. Na, wer hätte das kommen sehen? Tja, denn hier ist ein Hinterhalt, eine werden ohnmächtig. Und ja, Antara lässt sie dann da unten liegen und meint, ja, wir brauchen keine Fremden, Fremde sind gefährlich. Ja, beziehungsweise sie schmeißen sie noch in eine Grube. Ach so, stimmt, ja, das ist ein anderes Loch gewesen. Aber ich finde, den Hinterhalt, den riecht man halt drei Meilen gegen den Wind. Ich weiß gar nicht mehr, aber ja. Doch, weißt du warum? Wir sehen, wir haben noch keinen einzigen von den Evils gesehen. Ja. Es kommt auch keiner vor in dieser Folge. Außer Hordak jetzt mal. Aber die sind ja jetzt nicht an dem aktuellen Plot beteiligt. Also, du siehst die ganze Zeit nur Hantara. Und wenn Hantara jetzt gut wäre von Anfang an, dann wäre es zu einfach. Es muss ja jetzt irgendeinen Konflikt geben. Und den kann es nur geben, wenn Hantara sie hintergeht. Das stimmt. Oder wenn jetzt plötzlich Catra hinter dem Felsen hervorspringt. Aber das passiert nicht. Ja, und ich meine, man merkt ja auch die ganze Zeit, dass Hantara so ein bisschen komisch reagiert. Weil Adora sagt ja auch immer, wie froh sie ist, dass sie da ist. Und Hantara guckt dann schon immer so ein bisschen schuldbewusst. Ja, dann bringt Entroppter Hordak Minisuppen. Winzige Suppentässchen. Ja, also ganz viele kleine Tässchen mit ganz vielen kleinen Löffelchen. Und meint, ja, damit geht es mir immer besser. Ja, sie hat ihn auch in so eine Decke eingewickelt. Das ist voll cute. Ja, sie guckt auch voll cute. Und dann baut sie ihm eine neue Rüstung, glaube ich. Ja, denn sie merkt jetzt, dass die Rüstung... Ach nee, erstmal wird aufgeklärt, was überhaupt los ist, genau. Ja, sie merkt, dass die Rüstung ihn eigentlich zusammenhält. Also, dass der ohne die irgendwie auseinanderfallen würde. Und ja... Dann wird sie so ein bisschen wissen, was hier eigentlich los ist. Genau, und ich glaube, dann droppt er tatsächlich den großen Megaplot, ne? Ähm, ja. Er erzählt ihr jetzt, was mit ihm eigentlich ist. Er ist ein Klon von Horde Prime. Den Namen haben wir noch nie gehört, aber ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass der endlich fällt. Horde Prime ist quasi der große Imperator des Universums. Ja, der hat halt eine Riesenarmee, also die ganzen anderen Hordes stammen von dem. Und der hat Klone von sich gemacht. Einer davon war Hordak. Der war aber defekt und deshalb wollte Prime den nicht mehr. Ja, das sagt die Serie. Meine Theorie ist, Horde Prime ist in Urlaub gefahren und Hordak hat einfach das Flaggschiff zu Schrott gefahren und wurde deswegen nach Etheria verbannt. Ja, das ist jetzt auch meine Herzkirne. Wenn ihr wissen wollt, was wir damit meinen, dann googelt mal, ne, googelt nicht, sucht mal auf YouTube nach Horde Prime macht Urlaub. Die Folge haben wir ja schon ein-, zweimal erwähnt, also von der alten Serie. Aber bereitet euch auch Schmerz vor. Naja, ich glaube, er sagt hier auch, er war sogar sein Kommandant oder sowas. Ja, ja, seine rechte Hand. Das deckt sich so gar nicht mit dem wie Horde Prime, der Überraschung, Horde Prime taucht später noch auf. Er deckt sich so gar nicht mit dem, was der nachher von sich gibt, aber ich weiß auch nicht. Ja, es wirkte da auch nicht so, ne? Entweder haben sie das geradconnt oder wir sollen jetzt einfach glauben, Hordak ist so ein Vollidiot, der immer dachte, er wäre seine rechte Hand gewesen, aber er war in Wirklichkeit voll unwichtig. Ja, da bin ich nicht sicher. Es könnte beides sein. Naja, und dann ist er aus Versehen durch ein Portal nach Etheria gekommen und hat dann gesagt, ja, ich beweise mich jetzt, ich baue hier mein Imperium auf, ich erobere diesen Planeten und dann zeige ich Horde Prime damit, dass ich voll krass bin. Und dann wird er mich voll verehren. Also, das ist so gelaufen, der stürzt da irgendwo ab und sagt, ey, der rote Stein da ist meiner. Und die sagen, okay. Er hat sich anscheinend ja auch, also er muss sich ja Leute gesucht haben vorher. Ja, aber... Er muss sich ja irgendwie eine Gefolgschaft aufgebaut haben, wie auch immer. Ja, und angefangen hat er mit Scorpias Familie. Ne, da hatte er doch schon Leute. Aber sie sagt doch, da sind die gelandet. Ja, sicher. Wir sehen doch mal diesen Rückblick, wie sie diesen Stein haben und da stehen doch ganz viele jubelnde Soldaten um denen herum. Ich dachte, das waren schon die Hordes-Leute. Ja, aber sie sagte, die Hordes sind bei uns, sind hier gelandet, als sie nach Etheria kamen und wir haben ihnen den Stein gegeben. Ja, aber das muss ja nicht direkt, also das muss ja nicht unmittelbar danach gewesen sein. Die sind gelandet und dann haben sie irgendwann diesen Stein geklaut. Geklaut. Ich glaube, sie haben freundlich gefragt und haben ihn bekommen. Oder so. Oder so, wie Catra in der nächsten Folge mit allem umgeht. Das meint. Okay. Ja. Ja, also epischer Rückblick. Und dann sind wir bei der Grube, wo die Freunde drin sitzen. Und Glimmer sagt, alle guten Dinge sind neun. Teleportiert sich hoch und fallen wieder runter. Warum kann sie auf einmal so schlecht zielen beim Teleportieren? Ja, das habe ich mich aber auch gefragt. Ich meine, das ist eine ganz witzige Szene, aber man denkt sich, mittlerweile ist sie da doch nicht mehr so ungenau. Als ob sie da sich nicht ein bisschen hoch, aber auch zur Seite teleportieren kann. Ja, sie konnte sich ja selbst in Folge ziemlich präzise durchs Crypto Castle durchteleportieren. Da hat sie sich trotzdem verirrt, weil Crypto Castle ist halt Crypto Castle. Ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl in letzter Zeit, dass ihre Teleportation so ungenau ist. Tja, well. Adora ist an allem schuld und macht sich Vorwürfe. Ja, also erst mal schafft es Glimmer dann doch, sie rauszuteleportieren. Genau, und Adora macht sich fürchterliche Vorwürfe, weil sie Hantara vertraut hat. Aber ihre Freunde sind so, nein. Nein, wenn dann ist Hantara schuld und nicht du. Ich wundere mich gerade, dass die Folge noch so lange geht, weil so viel passiert eigentlich nicht mehr. Ja, dann sind wir wieder bei Entropter. Achso, jetzt baut sie Hordak die neue Rüstung, ne? Ja, und dann hält sie eine Rede darüber, wie Unvollkommenheit so toll ist. Unvollkommenheit ist wunderbar. Denn sie sagt, ja, nur damit kann es überhaupt wissenschaftliche Experimente geben. Und ja, Emily ist auch nicht perfekt. Sie hat ein, ich weiß gar nicht mehr, was sie alles sagt. Sie hat Macken, ihr Bein blockiert immer irgendwie, irgendwo leckt das Öl. Ja, aber sie ist trotzdem toll, genau deshalb mag ich sie. Ich habe auch viele Fehlschläge gehabt. Adora hat mich verlassen, Ketra redet nicht mehr mit mir. Aber egal, ich werde nicht aufgeben. Also optimistisch ist Entropter, ja, das muss man ihr lassen. Oh ja, Entropter ist toll. Ja, genau, und dann baut sie die Rüstung und es ist voll cute, wie sie Hordak dann anlächelt und sagt, Unvollkommenheit ist toll. Ja, und jetzt hat er eine Rüstung, die finde ich leider viel zu sehr wie die alte aussieht, aber sie ist neu. Das stimmt, ja. Und sie ist jetzt wohl eher ein Exoskelett. Ja, und er fühlt sich gleich viel besser. Das ist irgendwie nice, weil irgendwie in dieser Szene, man freut sich voll für Hordak. Obwohl man eigentlich denken müsste, oh Gott, der Böse kriegt neue Macht, aber denkt sich so, yay, voll cute. Er hat jetzt eine neue Rüstung, die eher ein Exoskelett ist. Oh, 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 Hordak ist Iron Man. Iron Hordak. Und dann muntert er sie tatsächlich auch so ein bisschen auf. Oh mein Gott, Hordak sagt was Nettes. Er sagt zu ihr, ja, du bist keine Versagerin, egal, was die anderen sagen. Oh. Und dann sind wir bei Team Huntara, also bei ihr und den Deppen. Ja, sie hat halt noch diese Ziegenfrau und dieses... Schlangenvieh. Schlange oder Amphib oder irgendwas. Ja, und die freuen sich voll und spielen so ein bisschen mit den geklauten Sachen rum. Also die haben jetzt auch das She-Ra-Schwert und Bo's Pile. Das She-Ra-Schwert. Ja. Also entweder sagst du das Schwert oder das Sort of Protection oder Schwert des Schutzes, aber das She-Ra-Schwert finde ich geil. Ja, aber vielleicht wissen die Leute nicht, dass es so heißt. Also dass es Sort of Protection heißt. Oder das Zauber-Schwert, meinetwegen. Naja, und dann merken sie aber auch, okay, Huntara macht sich doch irgendwie Vorwürfe, aber sie streitet das voll ab. Und dann werden sie aber angegriffen. Von Glimmer und sie funkelt. Ja, dann irgendwann vorher hat sich mal Huntara drüber lustig gemacht, dass sie funkelt und sagte, ich bin auch eine Prinzessin, nämlich die Prinzessin der purpuren Wüste, aber ich funkle nicht. Ja, dann kommt ihr Glimmer. Hallo, ich bin übrigens Prinzessin Glimmer von Brightmono und ich funkle! Ja, das ist nice. Jo, ich glaube, das vorherrschende Merkmal dieser Szene ist der Schwertkampf zwischen Adora und Huntara. Ja, genau. Das Witzige ist, erstmal kriegt Adora Huntaras Schwert nicht auf, denn sie hat es irgendwie geschafft, ihr das Schwert abzunehmen. Aber ja, dann doch und dann kämpfen sie quasi mit dem jeweils anderen Schwert. Genau, wobei, ja, das von Huntara ist ja eher so ein Stock mit einer langen Klinge, aber naja, was ich faszinierend finde, ist, dass Huntara ja so groß und kräftig ist und Adora kann aber trotzdem mit ihr mithalten und ich glaube, sie gewinnt sogar. Obwohl sie nicht She-Ra ist. Obwohl sie nicht She-Ra ist, Adora-Action ist immer super. Ja, währenddessen Bo und Glimmer machen das auch sehr gut mit ihren Pfeilen, Glimmer natürlich mit Teleportation. Ja, also die besiegen jetzt die Hand lange und irgendwann besiegt Adora halt auch wirklich Huntara. Und bekommt das Schwert zurück und dann, ja, She-Ra. Ja, denn dann fragt Huntara, was, du weißt was über She-Ra? Ich bin She-Ra. Das ist so richtig episch, wie sie dann das Schwert so vor ihr Gesicht hält und sich verwandelt. Ich finde es aber fast ein bisschen schade, dass der Kampf jetzt vorbei ist. Ich hätte dann gerne noch so einen ganz kurzen Schnitt gesehen, wie She-Ra jetzt mit Huntara echt den Boden wischt. Aber nee, also Huntara ist ja schon besiegt und She-Ra hält ihr jetzt das Schwert an den Hals. Und dann meint sie, ja, ich war mal bei der Horde, hab aber gemerkt, dass die alle nur ausgenutzt werden da und seitdem bin ich halt hier. Ja, also Huntara hat genau die Story gehabt, die Adora gehabt hätte, wenn sie nicht das Schwert gefunden hat. Also, hey, wir sollen hier die Unschuldigen töten. Am Arsch, ich geh nach Hause. Genau, und Huntara hat natürlich auch bemerkt, dass Adora zur Rebellion gehört hat. Zur Horde. Zur Horde, denn diese Ausbildung erkennt sie immer. Dann gibt es halt so ein bisschen diese Diskussion, dass Adora ja jetzt bei der Rebellion ist und Huntara meint, das ist voll unnötig, das bringt ja alles nichts. Und sie ist so, nein, wir müssen doch kämpfen, du kannst hier nicht einfach tatenlos rumsitzen. Ich brauche deine Hilfe. Und dann sagt sie zu, sie zum Schiff zu führen. Ja, also Huntara hilft ihnen jetzt wirklich. Und währenddessen haben sich die Handlanger doch jetzt Glimmer und Boe geschnappt und bedrohen sie, aber Huntara besiegt die jetzt einfach und sagt so, nö, wir lassen die jetzt in Ruhe, wir helfen denen jetzt. Ich hätte ja auch gerne gesehen, wie die eigentlich besiegt wurden, weil das letzte Mal, dass wir den Kampf gesehen haben, hatten die beiden eigentlich die Oberhand. Ja, eigentlich hatten Glimmer und Boe die schon besiegt, aber irgendwie haben die es geschafft, die beiden doch noch zu kaschen. Tja, Käpt'n unfähig und Prinzessin inkompetent. Ja, und dann endet diese Folge. Ja, ich fand... Ich hatte noch zwei Punkte. Achso, ja, bitte. Einmal, ich fand die Musik beim Endcamp, die war sehr geil. Oh ja, die Hammermusik. Ich weiß gar nicht, das war ein ganz neuer Track, glaube ich. Ich glaube, es war ein Remix von der Verwandlungsmusik oder von irgendwas auf jeden Fall. Das war sehr nice mit so E-Gitarren. Äh, und mein zweiter Punkt ist, Hantara nennt die drei immer Blondie, Funkel und Glitzer. Äh, ne, Blondie, Junge und Glitzer. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Äh, ja, Bewertung? Ja, wie fandst du sie denn? Also, ich fand sie eigentlich ganz cool. Ich habe ihr jetzt drei Punkte gegeben. Ich habe ihr sogar vier gegeben. Ja, ich hätte auch über vier nachgedacht. Also, ich war so drei oder vier. Und was mir erst hinterher aufgefallen ist, dass Catra in dieser Folge gar nicht vorkam. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war das erste Mal. Ja, ich könnte nicht mehr beschwören, dass es die erste Folge war, wo Catra nicht vorkommt, aber es könnte gut sein. Ist auf jeden Fall selten. Wobei... Ne, ne, doch. Ne, ne, ist Quatsch. Äh, alles gut. Äh, wer ist dein persönlicher Win der Folge? Äh, ich wollte noch kurz zu der Folge, über die Folge reden. Ach ja, bitte. Ja, also ich fand, das war schon ein ganz cooler Plot mit Hantara. Es war jetzt nicht die überkrasseste Story aller Zeiten, aber ich habe jetzt auch eigentlich nichts dran auszusetzen, so wie man es erzählt hat, mit diesem Vertrauensding und dann, dass Hantara ihnen doch hilft. Das war ja schon ganz cute. Ja, deshalb solide drei oder vielleicht sogar vier. Ja, äh, genau. Dann der Win. Ja, wer war denn dein Win der Folge? Ich habe zwei Kandidaten. Einmal Hantara. Dafür, dass sie denen dann doch geholfen hat am Ende. Das war nice. Oder Entrubter, dafür, dass sie Horda geholfen hat. Und, ja, sie war nett zu ihm. Sie hat immer eine neue Rüstung gebaut. Das war voll cute. Ich halte beides für valide. Äh, ich habe... Bei mir ist es aber Entrubter geworden. Hm, okay. Ähm, wer war dein persönlicher Fail der Folge? Ja, da habe ich jetzt Adora genommen. Adora? Ja, also... Sie hat zwar dann am Ende sehr cool den Kampf gerissen, aber sie hat halt an Tara vertraut. Was ich jetzt aber auch nicht direkt als Fehler sehen würde, aber es ist halt in die Hose gegangen. Also, ich meine, am Ende hat es ja dann doch funktioniert, aber erst mal ist es gewaltig schief gegangen. Ja, aber ich sage mal, es ist ja nicht völlig falsch gewesen, ihr zu vertrauen. Nein, weil ich meine, es hat ja dann auch dazu geführt, dass sie ihnen am Ende hilft. Ich finde es ja auch eigentlich cool, aber wenn ich sagen müsste, jemand hat ein bisschen Mist gebaut, dann vielleicht doch Adora. Okay, also mein Fail ist Hordak, weil er fast Entrubter weggestoßen hätte. Hm, ja, stimmt. Also, dass er so sauer war, dass das nicht geklappt hat beim ersten Mal. Ja, ja, er war kurz davor, dass das Ganze in die Hose geht und sich auch nicht von Entrubter helfen lassen und so. Ja, genau, also die ganze Folge war auch so ein bisschen das Problem, dass Hordak keine Hilfe annehmen wollte und dass er halt nicht zugeben will, dass mit ihm irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber naja, Entrubter regelt. Okay. Ja, ich glaube, ich würde, ja, ich weiß nicht, entweder Hordak oder Hantara, äh, nee, Hantara, Hordak oder Dora. Diese Leute mit Ra. Wie Entrubter Ra. Entrubter Ra. Und Glimra. Glimra. Ja, die nicht. Aber es gibt erstaunlich viele Leute mit Ra. Okay. Kommen wir zu Folge 23. Sag erst den deutschen Titel. Es war einmal in der purponen Wüste. Oder auf Englisch Once Upon a Time in the Waste. Oder mein persönlicher Titel GG, Gay Girls. Also ich schätze mal Once Upon a Time in the Waste ist eine Anspielung auf Once Upon a Time in the West. Aha, was ist das? Ich habe den nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, so ein bekannter Western-Film. Okay. Naja, auf jeden Fall, wir fangen da an, wo wir schon aufgehört haben, in der purponen Wüste. Aber diesmal mit Catra. Ja, die wurde ja dahin verbannt quasi. Also eigentlich nicht verbannt, aber sie sollte ja diesen Selbstmordauftrag machen mit Holtar Gründertechnologie. Scorpia ist auch mit am Start, wie immer, fröhlich gelaunt. Zu fröhlich. Nein, Scorpia ist nie zu fröhlich. Scorpia ist perfekt. Okay, okay. Ja, Catra ist natürlich angepisst. Weil sie hat halt jetzt quasi alles verloren. Sage mal, Catra ist angepisst. Über alles. Ja, verständlich. Sie hat halt jetzt wirklich alles verloren. Sie ist am Boden und Hordak will sie ja eigentlich nur noch umbringen. Im Augenblick könntest du ihr wahrscheinlich ein Einhorn schenken und sie würde sagen, boah, mit dem Horn bleibt er doch überall hängen. Ja. Ja, Catra nörgelt rum, aber dann findet sie diese Kneipe. Genau. Haben wir gar nicht gesagt, dass die aussieht wie das Riesenfossil aus Breath of the Wild, ne? Ja, da wo die Feenquelle ist, zum Beispiel, ne? Irgendwie schon. Ja, da geht sie rein. Da haben wir wieder die zwielichtigen Gestalten. Aber Catra lässt sich von sowas halt überhaupt nicht beeindrucken. Ja, also erst mal ist sie halt nur genervt, dass überhaupt jemand da ist. Sie hätte auch irgendwie so, oh, fuck, Menschen. Hat sie ja quasi so gesagt. Weil es hieß ja auch, also denen wurde ja gesagt, dass in der Popone-Wüste eigentlich niemand lebt. Und dann meinten sie, okay, die Popone-Wüste ist doch erstaunlich bewohnt, dafür, dass sie unbewohnt sein soll. Ja, und sie ist so voll angepisst. Ja, natürlich. Hordak hat keine Ahnung von gar nichts. Warum habe ich auch was anderes erwartet? Ja, Scorpia meint das, das habe ich im Einführungskurs aber nicht gelernt. Dann hätte ich den quasi aufschwänzen können. Ja, und Catra macht Eindruck. Catra faucht Leute an, knurrt Leute an und es funktioniert. Sie hat so eine Ausstrahlung, dass die Leute tatsächlich Angst vor ihr haben. Ich finde das voll geil, wie sie halt die ganze Zeit mit Gewalt anecken will und Scorpia versucht einfach die Bogen zu glätten und das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, Scorpia sieht sogar so ein bisschen ängstlich aus und sie versucht immer unauffällig zu sein. Und Catra so, ah, fuck it! Genau, sie läuft ängstlich durch diese Kneipe, obwohl sie riesengroß ist und Hummerscheren hat. Ja. Und einen sofort betäubenden Giftschwanz. Und dann erwähnt diese Ziegenfrau was von She-Ra und von Blondie, Glitzer und Junge. Und Catra so, ja, wo sind die hin? Wer will das wissen? Na, aber naja. Scorpia erwähnt dann auch nochmal, ey, wir sollten eigentlich Gründertechnologie suchen, nicht Adora. Ja, wo Adora ist, ist meistens auch das, was wir wollen. Ich glaube, es hätte auch gereicht, wenn irgendwer Hü-Ra gesagt hätte. Ja, und dann fängt diese Ziegenfrau an mit, es gibt nur zwei Regeln hier. Nummer eins, die Starken machen die Regeln. Und Catra lacht sich einen ab, die ganze Kneipe guckt zu ihr hin. Also überhaupt, ab diesem Moment in dieser Kneipe blüht Catra so unglaublich auf. Ja, sie ist so, ja, einschüchtern funktioniert bei mir nicht. Ich hab alles verloren. Du kannst Leute nur einschüchtern, wenn sie was zu verlieren haben. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich die Kurzzusammenfassung vergessen habe. Aber ich wollte sowieso keine machen. Ich wollte sagen, dass in der Folge zu viel passiert, um eine Kurzzusammenfassung zu machen. Ach so. Ja, und dann kratzt sie noch so über den Tisch. Und sie hält der Ziegenfrau ein Schwert vor die Nase. Aus Knochen. Aus Knochen. Währenddessen hat Scorpia die andere gepiext. Ja, also ausgenockt. Ja, mit dem Stachel. Ja, und jetzt sind alle so, okay, du bist der Boss, wir hören auf dich. Dann klaut sie noch irgendwem seine Schlangenlederjacke. Ja. Währenddessen Maras Schiff. Genau. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Ja, die kommen da halt an zum Zentrum der Wüste und da ist Maras Schiff. Das erkennt Adora aus der Vision. Was sie uns jetzt auch nochmal erklärt, warum sie das eigentlich weiß. Genau, und da steht ein Name drauf. She-Ra. Und Bo ist so voll fasziniert. Oh mein Gott, ein Gründerschiff, das ist durchs Weltall geflogen. Da ist bestimmt voll das krasse Zeug drin. Nö. Nix. Komplett leer. Alles ausgeplündert. Ja, die Leute haben ja alles coole ausgeraubt. Was auch immer sie da überhaupt mitnehmen konnten. Ja, Technik-Kram wahrscheinlich. Ja, sie suchen noch eine Weile in dem Schiff. Irgendwann kommt Adora halt auf den Gedanken. Ja, Moment, der Raum ist eigentlich viel zu klein. Das Schiff ist viel größer. Hier muss es doch noch was geben. Und dann sieht sie auf dem Boden so ein fast nicht mehr zu erkennendes Symbol von She-Ras Schild. Und kann damit was dann erzeugt. Dann macht sie quasi aus dem Schwert den Schild. und erzeugt damit irgendwas und damit geht die Tür auf. Ja, und dann kommt so ein Hologramm von Mara raus. Also von She-Ra Mara. Die dann irgendwie immer sagt, ich bin Mara, She-Ra von Etheria. Ich bin weg. Hussasi ist dann mal weg. Interessant. Die Untertitel sagen gerade She-Ra, Etheria, tot. Okay. Ich hab's diesmal nicht auf Englisch geschaut, leider. Naja. Ja, aber erstmal sind wir wieder bei Ketra und Co. Die rennen jetzt durch die Wüste. Scorpia bewundert Ketra voll dafür, dass sie sich so durchgesetzt hat. Und funkelt. Also ihre Augen funkeln ja gefühlt immer. Ja. Und die Ziegenfrau und Schlangenfrau oder was auch immer gehen jetzt so ein bisschen angepisst vor denen her. So. Ich bin besiegt. Und Scorpia schubst einmal aus Versehen. Aus Versehen. Ja, aber wirklich aus Versehen. Die Schlangenfrau hat irgend so eine Pflanze. Diese Krallen-Dingstars. Und dann friert die Schlangenfrau ein. Ups. Und dann muss die Kiegenfrau die Schlangenfrau einfach mitschleppen. Ja, Scorpia versucht auch immer voll nett zu denen zu sein. Und Ketra die ganze Zeit so. Ja, los, trag sie. Her mit deiner Waffe. Ich werde dich Kyle nennen. Wir sind uns einig, dass Kyle an allem schuld ist, ne? Mhm. Gut. Ja, Ketra hat den Spaß ihres Lebens beim Rumkommandieren. Ja, das wird sogar noch geiler nachher, weil... Ich weiß gar nicht, passiert das jetzt sogar sofort schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Erstmal hat Scorpia so Herzchen in den Augen, so ganz kleine... So ein Herzchen-Funkel-Fleck in den Augen. Oh, ja. Ich sag's ja, da läuft was. Ja, bei Ketra nicht, aber bei Scorpia. Ja, ich glaube, wenn Ketra nicht ihren Anfall in dieser Folge bekommen hätte, dann wäre vielleicht auch noch was draus geworden. Ja. Die Abel-Dingfrau muss jetzt die Schlangenfrau mitschleppen. Ah ja, dann werden sie in... Dann geraten sie in einen Hinterhalt von... Tung Lashor. Ja. Ich hätte's gerne... Ich muss mir nachher noch mal auf Englisch angucken, ob sie da den richtigen Namen benutzen oder ob sie ihn da einfach Tung Lashor nennen. Also er schreibt sich ja mit Or, so wie Skeletor. Das ist ja bei Masters das Ding gewesen. Mit Or. Genau. Das war das Ra von Masters. Ja, aber sie sprechen's hier irgendwie komisch aus. Ja. Tung Lashor, Fun Fact, ist, glaube ich, in dieser She-Ra-Geschichte die einzige Figur, also die Actionfigur, die ich jemals in der Hand gehabt habe. Oh, wow. Also die hatten wir tatsächlich, beziehungsweise mein Bruder hatte die. Das Feature von dem war, der konnte die Zunge rausstrecken und die konnte man dann so zurückschnappen lassen. Das ergibt Sinn bei dem Namen. Ja, ja. Naja, also die Ziegenfrau hat die jetzt nicht absichtlich in eine Falle geführt, die war einfach nur zu blöd, um es zu bemerken. Genau. Äh, währenddessen in Maras Schiff... Ja, ich glaube, sie haben jetzt das Hologramm noch gar nicht, aber als... Naja, Bo findet so eine Sternenkarte. Ja, und dann finden sie das Hologramm, aber das Hologramm spricht halt immer wieder nur diesen einen Satz. Ne, sie sagt, ich bin Mara She-Ra von Etheria, ich bin tot. Das steht ja in den Untertiteln, aber das sagt sie nicht. Ja, also im Deutschen sagt sie, ich bin weg. Ja. Naja, aber es ist halt dann... Also Dora glaubt jetzt, das ist irgendwie... Man muss ein Passwort sagen, sie versucht verschiedene Passwörter. Und rastet aus. Weil das kennt sie ja so von Lighthob. Und dann rastet sie aber aus, als sie merkt, es ist nur eine Aufnahme, die immer den gleichen Satz abspielt. Da gibt's nicht mehr. Und dann meint sie, ja, das bringt doch alles nichts. Immer wenn ich irgendwas versuche, kriege ich keine Antworten. Ich mache alles, was diese scheiß Hologramme wollen. Und sie sagen mir gar nichts. Ja, das... Und dann haut sie, glaub ich, irgendwann auf den Pult und dann kommt sie auf die Lösung, weil da ist ein Schlitz, wo sie das Schwert reinstecken muss. Ich frag mich aber, warum sie die ganze Zeit nicht versucht, sich mal zu verwandeln, weil das hat ja bei Lighthob funktioniert. Genau. Ja, aber hier ist die Lösung, man muss das Schwert in den Schlitz stecken. Und dann gibt es ein weiteres Hologramm, aber diesmal von Mara als Sibylle Person. Ja, einfach von Mara halt, nicht von She-Ra. Ja, das ist auch eine Aufnahme. Aber halt eine längere. Und die hat sie anscheinend kurz vor ihrem Tod aufgenommen. Und dann sagt sie halt, dass sie absichtlich die Etheria nach Despondos, also in die leere Dimension, geschickt hat, um irgendwen davon abzuhalten, irgendwas mit irgendeiner Waffe zu machen. Ja, irgendwas mit einer Waffe. Also die Botschaft funktioniert auch nicht mehr ganz. Die hat immer wieder so Hänger. Deswegen kriegen sie jetzt auch nicht genau raus, was los ist. Aber sie sagt auf jeden Fall, ihr dürft auf keinen Fall ein Portal zurück ins normale Universum öffnen. Ja, ich habe Etheria hier reingebracht, um es zu beschützen. Und das darf nicht rückgängig gemacht werden. Ja, oder vielleicht, um das Universum vor Etheria zu beschützen. Man weiß es nicht. Ja, dann, wie du schon sagtest, Tang Läscher trifft auf Catra und Co. Primär auf Catra. Ja, der hat halt auch seine ganzen Leute mit am Start. Das ist so ein... Ja, sieht aber eigentlich gar nicht aus wie eine Schlange. Eigentlich wie so eine Echse. Sieht aber ziemlich genauso aus, wie die Actionfigur auch ausgesehen hat. Hm. Tja, also auf jeden Fall, der hat so eine Peitsche und der ist anscheinend der stärkste Typ in der Wüste. Und Catra macht sich aber einfach über ihn lustig. Und sagt, ist das ein Ernst, Tang Läscher? So ein dummer Name, so eine dumme Vorstellung. Und ich weiß nicht, ob sie es im Englischen auch so betont, aber im Deutschen betont. Ist das dein Ernst? Tang Läscher! Und dann, es geht so weit, dass seine eigenen Minions ihn auch schon auslachen. Ja, ich glaube, einer fängt an zu lachen und da wird dann von der Klippe runtergeschubst. Dann cooler Actionkampf, Tang Läscher gegen Catra. Ja, genau. Also Catra hat so überhaupt gar keine Angst vor ihm. Und sie sagt dann sogar noch, ja, coole Peitsche, die nehme ich mir einfach. Das ist meine. Und dann kommt noch Scorpio und sagt, ja, weißt du überhaupt, wie man damit umgeht? Ja, ich bin schon raus. So schwer kann es ja nicht sein. Ja, ich glaube, das kommt so aus dem Handgelenk. Und sie sagt, ja, also wenn der das hinkriegt, dann kann es ja echt nicht kompliziert sein. Ja, und dann macht Scorpio das so vor und sagt, Peitsch! Ich sage bestimmt nicht Peitsch! Ja, wenn irgend so einen eingängigen Spruch brauchst du, so wie Peitsch! So gut. Aber irgendwann rastet dann Tang Läscher aus und greift an. Und er schmeißt seine Lederjacke voll episch weg. Ja. Und ich weiß nicht, sollen wir den Kampf jetzt im Detail beschreiben? Es ist einfach ein cooler Actionkampf und irgendwann landet Tang Läscher im Treibsand. Ja, also er greift halt immer mit der Peitsche an, aber trifft Catron nie. Und irgendwann tritt sie ihn dann mal so. Also es sieht so aus, als hätte er sie schon und dann schmeißt sie ihm aber Sand ins Auge. Genau. Ja, genau. Und dann springt sie auf so einen Stein im Treibsand und er springt hinterher und landet dann drin. Ja, dann macht Catron noch so, ja, hier, gib mir die Peitsche, dann ziehe ich dich raus und dann reißt sie ihm einfach die Peitsche aus der Hand und lässt ihn absaufen. Ja, das ist gemeinlich. Also, was das angeht, Rip Tang Läscher. We hardly knew you. Ist der jetzt echt tot? Der kommt jedenfalls, glaube ich, nicht mehr wieder. Wow. Ja, und die ganzen anderen Leute jubeln jetzt für Catra, denn sie ist jetzt die Stärkste und jetzt folgen die ihr. Genau, sie ist jetzt der Boss. Und sie nimmt sich auch noch seine Lederjacke. Und gibt sie Skorpion. Ja, Skorpion hat seine Lederjacke bekommen. Und Catra guckt ihr auch noch so flirty nach. Also, Catra fühlt jetzt die Gang an und Skorpion ist Nummer zwei. Anscheinend. Es wirkt wirklich wie so eine Motorradgang. Alle mit diesen Jacken und so. Ja, irgendwie schon. Popo der Wüste Motorradgang. Ja, Leithor benutzt irgendeine Waffe, sagt Mara. Bo versucht das Ding zu reparieren, um diese Botschaft zu reparieren. Die wurde anscheinend beim Absturz beschädigt. Ja, Verstecken ist der einzige Weg. Ja, das erzählt ja. Und sie erzählt, das Schwert ist der Schlüssel zum Planeten. Und dann geht aber diese Botschaft aus. Und dann kommt da plötzlich die Gang herein. Wollen wir mich auch fragen. Das ging jetzt aber ziemlich schnell irgendwie, ne? Ja, das kann natürlich so ein bisschen Zeit verschoben gewesen sein. Aber ja, die sind jetzt ziemlich schnell bei diesem Schiff. Ja, Catra ist jetzt der Boss von denen. Und begrüßt uns mal wieder mit einem... Hey, Adora. Ja, also die kriegen jetzt alle wieder diese Betäubungspfeile ab, außer Adora. Der Rest liegt schon. Sie kriegt auch das Schwert dann aus der Hand geballert. Und Scorpia hält sie gefangen. Ja, das ist jetzt ungünstig. Ich fand ja noch nice, dass sich Hantara einmal so vor Adora geschmissen hat, um die Betäubungspfeile abzuwehren. Das stimmt, also mit dem Schwert. Oh, aber das Krasse ist, Hantara kann sogar trotz zwei Betäubungspfeilen in ihr drin sich dann doch nochmal aufrappeln und mit Glimmer und Bow wegrennen. Das hat nicht mal Adora hingekriegt. Nein, das war krass. Ja, und dann feiert Catra mit ihren Leuten eine Party. Zum ersten Mal. Sie weiß ja gar nicht, was das ist. Ja, sie meint dann auch so, das nennt man also eine Party. Das sollten wir öfter machen. Sie war auf dem Prinzessinnenball, aber das war jetzt ja nicht so die typische Party. Vor allem hatte sie da eine Mission. Diesmal kann sie wirklich feiern. Ja, und dann sagt sie sogar, wir trinken auf Skorpia. Oh. Und Skorpia wird voll rot. Ich sag ja, wäre Catra nicht, hätte sie nicht ihren Breakdown gekriegt, den sie gleich bekommt, dann wäre da vielleicht noch was draus geworden. Ja, sie hält sogar jetzt Skorpias Hand und läuft so nach draußen. Und sie lacht. Ja. Catra kann lachen. Das ist echt Wahnsinn. Also Catra ist zum ersten Mal hier richtig gut drauf. Das bemerkt Skorpia auch. Das ist das erste Mal, dass ich dich eigentlich fröhlich sehe. Das ist schön. Und schlägt dir dann noch vor, ja, lass uns doch einfach hierbleiben und gar nicht mehr zur Fright Zone zurückgehen. Hier wird es dir doch viel besser. Ja, hier bist du so glücklich. Wir könnten hier zusammen die Wüste regieren. Und ja, Catra findet den Vorschlag aber gar nicht gut. Ja, zuerst. Ich glaube, dann überlegt sie ernsthaft. Ja, aber erstmal ist sie halt so, ja, aber wir haben doch jetzt hier das Zeug gefunden und wir müssen doch zurückgehen. Das geht doch hier alles nicht. Sie will sich ja unbedingt vor Hordak beweisen. Ja, aber ich glaube, sie ist auch kurz davor, wirklich zu sagen, ja, gute Idee. Machen wir. Ja, aber sie kann nicht so ganz. Sie geht dann so ein bisschen nachdenklich weg und sagt, das sehe ich nach der Gefangenen. Da haben wir dann Adora, die gefesselt ist. Und sie meint dann, ja, das darfst du nicht tun. Hordak wird mit einem Portal die ganzen restlichen Hordeleute holen. Und Catra so, hä, was warst du da? Die hat mir Shadow Weaver gesagt. Was? Sie so, wann hast du mit Shadow Weaver gesprochen? Ja, die hat sich nach Brightmoon teleportiert. Weißt du das noch gar nicht? Und das ist der Moment, wo ich gesehen habe, dass Catras Pillen aufhören zu wirken. Ja, dann springt mir die Sicherung raus, endgültig. Weil sie zieht dann damit jetzt den Schluss. Ja, Shadow Weaver hat mich verlassen für dich. Sie hat mich verraten und will jetzt dir helfen. Uh. Ja, das spielt natürlich noch mal mehr an Catras Traum herein. Natürlich ist das nicht so. Ja, aber ich glaube, für den Rest dieser Staffel und der nächsten haben wir Killer Catra. Ja, also ich meine, jetzt hat sie ja noch jemand verlassen. Ich meine, das wusste sie ja schon, aber dass es dann auch noch für Adora quasi war, um Adora zu helfen, das macht sie jetzt richtig fertig. Das war ja eigentlich nicht Shadow Weavers Intention. Sie wollte ja einfach nur überleben und ging deshalb nach Brightmoon. Aber ja, Ja, das ist jetzt natürlich sehr tragisch. Die Katzensicherung ist durchgebrannt. Und jetzt guckt Catra auch so ultra verstört. Sie sieht gar nicht mehr so richtig, was vor ihr ist. Läuft dann in Skorpion rein. Und sie sagt dann so, Hey, Party! Und dann sagt sie, Wir gehen so schnell wie möglich zurück zur Fright Zone und öffnen dieses Portal. Und dann werden wir sie alle umbringen. Ja, sie hat sogar auch so eine Tränen in den Augen. Catra ist vollkommen am Ende gerade. Oh mein Gott. Leute, die jetzt definitiv kein Kommando über eine Armee haben sollten. Ja. Ja, damit endet diese Folge. Willst du noch was zum Detail sagen? Sonst kommen wir zur Bewertung. Nee, wir können zur Bewertung kommen. Okay, wie hat dir die Folge gefallen? Ich habe ihr vier Punkte gegeben. Fünf. Du hast dir fünf gegeben. Absoluter Knaller. Ja, die war aber auch echt gut. Also, wie Catra sich ja einfach durchboxt und die Herrschaft an sich reißt, ist ziemlich amüsant gemacht. Dann die Botschaft mit Mara war noch ganz interessant. Ja, und dann am Ende, wie halt dann komplett die Sicherung durchbrennt. Es ist so tragisch. Catras Geschichte ist generell so tragisch. Man denkt sich immer, du könntest jetzt einfach aufhören und es würde dir so viel besser gehen, aber sie kann nicht. Das ist dann immer der Moment, wo sie dann plötzlich wieder mit Adora kollidiert und dann brennt wieder irgendwas durch. Ja, ich meine, bei Adora war ja... Wenn sie mit Adora einfach mitgegangen wäre von Anfang an, dann wäre sie doch auch voll gut gegangen. Aber nein... Das kann sie ja wieder nicht. Sie muss nicht unbedingt bei Hordak beweisen. Hä, schade. Ja? Wer ist dein persönlicher Win der Folge? Da habe ich Catra. Trotz allem, ja. Ja, trotz allem. Sie hat sich so krass durchgesetzt. Das war so gut. Und sie war doch einfach mal fröhlich und sie hat auch endlich mal Scorpia wertschätzen gelernt. Das ist super. Darauf wartet man die ganze Zeit eigentlich, weil sie immer so fies zu Scorpia war. Obwohl Scorpia immer so nett zu ihr war. Das wird aber leider auch wieder schlimmer. Ja, ich weiß, es bleibt nicht so. Aber es ist schön, mal sowas zu sehen. Einfach eine fröhliche Catra, die nett zu Scorpia ist. Tja. Wer ist denn dein Fail der Folge? Auch Catra. Auch Catra. Das ist auch nicht schlecht. Mein persönlicher Fail der Folge ist entweder das Breast Friendsquart oder, jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil ich weiß, welche Folgen das Ganze haben wird, die Rebellion. Okay. Gut, da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, worauf es hinausläuft. Also zumindest nicht genau, aber naja. Äh, ja, also... Ich bin gerade verwirrt. Mad-I macht komische Handbewegungen. Ja, ich kann es halt nicht sagen, weil das ist ja ein Spoiler. Ja, dann kannst du es mir gleich sagen. Egal. Äh, ja, also ich hätte halt gemeint, Catra, weil sie halt hier mal wieder, also schon wieder, die Gelegenheit hatte, das ganze Hordezeug hinter sich zu lassen und glücklich zu sein. Und sie macht es wieder nicht. Ich meine, ja, man versteht ihr Trauma, aber es ist so tragisch, es ist so schade. Man würde es sich eigentlich für sie wünschen und dann macht sie es wieder nicht. Ja, aber es kann erst in der letzten Staffel passieren, weil du kannst Catra als Schurke nicht opfern, das geht nicht. Ja, ja, natürlich. Ich verstehe, dass man das als Schreiberperspektive so macht, aber von Catras Perspektive aus war es leider ein Fail. Ja, okay. Na ja, sie hätte hier, sie hätte hier so ein schönes Leben haben können, sie hatte, sie war glücklich, sie hatte alles und ja, dann nicht mehr. Na ja. Ja, aber das Best Friends Squad, das war auch, wäre auch keine schlechte Idee, weil die haben sich halt sehr schnell ausknocken lassen und sie haben, die haben ja jetzt Adora auch. Ja gut, dann habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, aber ich sage noch, danke fürs Zuschauen, schreibt mir gerne Kommentare, hinterlasst doch gerne ein Like oder ein Abo oder schaut bei MadEye vorbei. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Ciao, ciao und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn sich großes Unheil anbahnt, wieder niemand auf Angela hört und sich ein Kuchen als Lüge herausstellt. You have the power. We have the power. So can you.